hallo ich möchte euch heute mal was ganz tolles vorstellen für alle die urban sketching machen hier ein ganz tolles produkt um diese sachen nach zu kolorieren im urlaub mal schnell zu sagen ich nehme hier jetzt ein farbkasten mit normalerweise ist ein aquarellkasten oder so was ein riesen aufwand die größe und 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 wir haben für euch hier ein ganz tolles produkt was sie für urban sketching unterwegs super eignet hier haben wir drei farbfächer das sind keine farbmusterfächer diese fächer sind gefüllt als aquarellnäpfchen sehr praktisch für unterwegs wir haben sie in 18 farbtönen in 33 und in 42 farbtönen also bei 42 ist jeder aquarellmaler bestens bedient und das praktische ist wenn sie das mitnehmen ist es so ein kleines handliches paket dabei ist hier oben ein kleiner schwamm angebracht um den pinsel abzustreifen und ein pinsel der befüllbar ist und war und dem ganze aufschrauben können ihn mit wasser füllen und wieder drauf geben und haben so immer wasser schon im pinsel dabei also das ganze ist ganz tolles ausgereiftes produkt und die menge der aquarellfarbe die in den näpfchen drin ist ist vollkommen ausreichend für eine unzahl an bildern ich möchte ihn mal anhand einer kleinen skizze zum urban sketching style einfach mal im urlaub kurz skizziert mit dem kleinen fineliner und wie man so etwas schnell im urlaub auch nachkolorieren kann wir haben ja gezeigt so klein sind diese aquarellkästen und wie schnell und wie präzise auch die pinsel arbeiten ohne dass sie viel aufwand im urlaub betreiben müssen hier bin ich gerade dabei eine kleine skizze von corfu zu machen so haben wir hier in den führungen sie können also auch so ein aquarell oder urban sketchblock mitnehmen im urlaub oder es gibt auch von der firma ronzel vorgefertigte postkarten wo man direkt bemalen kann konnte schnell mal einen farbigen urlaubsgruß an die verwandtschaft schicken einfach nur mit dem fineliner grob ausarbeiten muss gar nicht so genau sein nachdem ich mein sketching fertig habe fülle ich meinen pinsel schnell mal mit etwas wasser der gefüllte pinsel dem die ich ein bisschen druck und schon habe ich hier ein bisschen wasser auf meiner palette da ist ein kleiner paletten bereich zum anmischen hier unten und ich hatte von den letzten tagen hier noch ein bisschen rocker drin aber das will ich sowieso haben nehmt das vorsichtig auf kann was hier runter nehmen und gehe in das bild zum kolorieren kann also hier sehr schnell zum ergebnis kommen und das bild nicht ganz zu malen teile kolorieren ist verorten sketching das typische dass man nicht alles tun mal schönen seiten ein bisschen beachten ich arbeite hier auf dem urban sketching blog von der firma ronzel und das ist also wirklich grandios der ist sehr wasserverträglich was viele zeichen papiere und so sonst gar nicht haben ich arbeite hier noch ein bisschen aus und arbeite erst mal alle mauerbereiche in mein bild sie sehen wie fein der pinsel arbeitet ich war am anfang ein bisschen skeptisch aber er ist wirklich hoch präzise das ist sehr schön wenn man so kleine details noch rein bringen will feine linien man muss nicht 50 pinsel mitnehmen um tolles bild zu malen das lässt sich hier ganz leicht bewerkstelligen mit diesen kleinen pinsel auch die farbe hat ein sehr schönes laufverhalten und eine hohe brillanz hier sie kann auch sie können auch wenn sie sagen ich brauche ein bisschen mehr wasser an der stelle damit es verläuft zum verwaschen einfach hier den pinsel ein bisschen mehr druck geben und die farbe die sind auswaschen lassen stopp clip 7 nachdem ich mit ocker und brauntönen hier ein bisschen die wände ausgearbeitet habe gehe ich hier hin und schaff mir schon mal ein bisschen tiefe so kann man hier an diesen diese markise ein bisschen schatten drunter geben und das schöne ist wenn sie den pinsel auswaschen wollen kann sie hier auf den schwamm gehen drücken den pinsel ein bisschen zusammen und der schwamm saugt in die farbe raus und sie können gerade mit dem nächsten farbton weiter arbeiten das gute an diesen kleinen aquarellkasten ist dass sie ihn natürlich gut in den koffer bekommen sie haben nicht das problem hier was sperriges dabei zu haben und wenn sie fertig sind gehen sie einfach hin und klappen ihn wieder zusammen und packen ihn wieder zurück und so haben sie immer ihre materialien dabei jetzt wechsle ich mal auf ein bisschen grün ich möchte hier ein paar zypressen stehen haben wieder erstmal mit dem hellgrünen ton ran das da einfach nur so locker drüber spielt nicht anfangen alles zu zu malen ich bin sie nur mit licht und schatten und dann wird sowas richtig schön lebendig viele machen den fehler und meine aquarelle ist vergleichbar mit deckfarben sind zwei himmelweite unterschiede ich brauche jetzt ein blauton so gucke ich mal hier habe ich einen sehr schönen blauton einen hellen so will ich mir hier schnell ein bisschen raus ein schönes kobalblau so möchte ich da oben in die fensterläden ein bisschen kobalblau bringen typisch für griechenland diese blautönung wir sehen es sind eigentlich nur ein paar flecken so was hier schneid mal den pinsel aus hol mir ein bisschen orange ich habe die markise ganz kurz ein und habe hier schon die farbe drauf macht den pinsel gar nicht sauber gehe ein schönes dunkles blau in dem fall ein preußischblau und durch diesen orange ocker anteil färbt sich jetzt ein bisschen türkis und so kann ich die schaufensterscheiben die hier im schatten liegen einfach noch nach kolorieren da hätten sie noch ein paar die müssen gar nicht alles was so weit weg ist das muss gar nicht so exakt sein das reicht vollkommen hier machen wir hier vielleicht noch eine scheibe draus und dem hier geben wir auch noch ein bisschen tiefe mit diesem türkiston jetzt haben wir nur noch die menschen zu machen die hier im vordergrund stehen auch hier wieder schnell den pinsel auswaschen sehen das überschüssige abstreifen an diesem kleinen schwämmchen das gute ist später wenn sie fertig sind können sie mit einem feuchten läppchen das hier schnell rauswischen und den schwamm mit ein bisschen wasser wieder sauber bekommen und der kasten hier der hat jetzt schon 8-9 bilder hinter sich zum test und das hat einwandfrei funktioniert ich habe den immer wieder sauber bekommen auch hier hinten schnell das dach da noch ein bisschen was drauf dass das dach hier hinten nur angedeutet ist jetzt gehen wir an die menschen habe ich ja gesagt ich kann mal hier sauber machen ja und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen orange auf gehen in unsere mischpalette eine orange cocker kombination ein bisschen mehr orange und tun schon mal die gesichter gegebenenfalls die beine der menschen dieser sommer einfach nur ganz grob einfärmen und jetzt schon ein bisschen gleitung der eine hat etwas rotes an der hat rote shorts an der hier da ist also da kann man jetzt richtig spielen haben wir jetzt die mischung aus ein bisschen gelb und orange sie sehen ich mache nur so ein paar striche runter und dadurch erscheint er schon im shirt wieder abstreifen und die nächste farbe aufnehmen ich habe hier ein sehr schönes violett so ein bisschen violett rein das intensiver sie können also wirklich auch nur mit dem kasten malen brauchen nicht wie ich hier ein skribbeln von der raus machen spielen einfach damit schön ist jetzt habe ich hier so einen dreckigen ton durchs auswaschen mit dem kann ich auch noch mal ein bisschen hier an touren reinbringen dass das alles ein bisschen älter steiniger aussieht manchmal sind diese töne viel lebendiger ziehe mit diesem ton auch schon mal den boden runter ziehe ich zu mir einfach ein paar linien weg und vielleicht oben noch da ist ein bisschen ziegel angedeutet da kann man einfach so eine linie rüber ziehen ein bisschen orange aufnehmen intensiver dieses mal nicht auswaschen mit wasser einfach so eine leicht orange linie so und wenn jemand himmel braucht dann gehen wir hin nehmen noch einen anteil wasser drücken auf den pinsel lassen das wasser aufströmen hier auch nehmen wir noch mal ein bisschen von dem kobaltblau auf und und dass das auch noch ein bisschen rein kommt mit wasser verdünnt sie sehen ich habe kein wasser mitnehmen müssen um bild zu malen und das schöne ist wasser hat man sowieso bei im urlaub meistens dabei im gepäck da reichen ein paar tröpfchen rein und ich habe jetzt hier allein von dem pinsel nicht mal ein viertel des der wassermenge verbraucht und dann komplett fertiges bild so toll kann man mit diesen kleinen praktischen kasten arbeiten und der schöne der ist also sehr sehr günstig auf den markt zu bekommen kommen sie mal nach aquarellfarben im fächer ronzel art products ron ist der anbieter von diesem produkt ron ich selber bin also wirklich hoch zufrieden mit diesem produkt in der anwendung ich hoffe es hat spaß gemacht einfach mal so leicht und lässig ein bild zu malen das ist also gar nicht so aufwändig und im urlaub eine tolle sache mit ins handgepäck da kannst du keinen flieger mit reinnehmen also da gibt es gar keinerlei probleme und das gewicht ist so niedrig und es gibt also wirklich kein kein problem nachher mit dem sauber machen ich mache den jetzt schön gemütlich sauber das ist in 2-3 minuten passiert mit ein bisschen wasser und dann waschiert dieser kasten wieder in mein handgepäck mit 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 mit